Zu fest, zu fest. Nein, der ist gut. Du brauchst nicht nervös sein, nur weil du noch null Punkte hast. Alles gut. Ey, was ist der? Der ist nicht schlecht. Willst du mich verarschen? Der ist ein Skandal. Also der ist absolut Skandal. Ja, eins, 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 eins. Unsere Torhüter wagen sich an die Linie, doch statt nur zu schießen, müssen sie jeweils einmal mit dem linken und einmal mit dem rechten Arm werfen. Der Ball darf pro Durchgang nur einmal benutzt werden. Der Spieler, der am nächsten zur Linie liegt, erhält einen Punkt. Wer nach drei Durchgängen die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Ne, du fängst an. Du bist der Älteste. Scheiße, das stimmt ja. Oh, der ist stark, der ist stark, der ist stark! Kannst du mich verarschen? Stark! Jetzt bin ich, oder? Ja. Du hast natürlich genau in meine Richtung gerollt. Dann werfst du da rein. Der ist drüber. Der ist besser als deiner. Oh Gott! Du kannst auch einen anderen Ball nehmen, he? Eine Garde. Machen alle das Gleiche. Der ist nix, Jakob, der ist nix. Da ist das Ding! Na nix also! Ja, jetzt sag doch mal bitte! Ich brauche mal ein Video! Wie war ich schon bei der ersten Dings? Alles klar! Zwei Zentimeter! Ja, ja! Wer beginnt? Ich wieder! Uff! Der ist kurz! Nein, der ist sehr kurz! Der ist zu kurz! Ja! Alles klar! Weiter geht's! Oh, der ist viel zu schnell! Scheiße! Der war gut gemeint! Der ist auch zu fest! Zu fest! Nein, der ist gut! Der passt! Vamos! Was ist das für eine Taktik? Roger! Der ist gut! Weg! Zu viel! Ja! Ist klar, oder? Ja! Glückwunsch! Das ist ja Wahnsinn! Zu fest! Viel zu fest! Der ist kurz! Der ist kurz! Komm! Zieh! Auf! Da bin ich ja sogar noch rennen fast! Nein! 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 Bleib liegen! Jetzt sag mir bitte, dass ich gewonnen habe! Das ist dumm! Das ist dumm! Das machst du! Mit so einem schlechten Schuss! Das ist dumm, Mann! Sag mal 1-1-1! Null! 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 Okay! Das ist dein Wurf! Dein Wurf! Du brauchst nicht nervös sein, nur weil du noch null Punkte hast! Alles gut! Pick up! Was ist es eigentlich, wenn ich den rauspfeffer? Machst du nichts? Dann faust du es raus! Der ist kurz! Das ist mein Ball, diese! Komm! Nein! Der stoppt aber auch ab, weißt du! Nein! Ja! Könnt ihr das Spiel bitte nochmal erklären, ja? Weil irgendwie ist das nicht angekommen. Das ist aber Minus, oder? Wieso? Der boykottiert das Spiel hier! Ja! Eins, 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 eins! Er ist zu lang! Na, das ist wieder gut! Scheiße! Jakob Busk, willst du mich verarschen? Nein! Glaube ich nicht! Weiter geht's, Jungs! Komm! Er ist lang! Oh ja! Komm, komm, komm! Zieh! Ach! Ah! Das wäre Wahnsinn, wenn der gewinnt! Das wäre wirklich Wahnsinn, wenn der gewinnt! Das wäre wirklich Wahnsinn, wenn der gewinnt! Die B2, oder wie? Ja! Im Feld bleiben, Jakob! Übertreten! Ey! Was ist das? Der ist nicht schlecht! Was ist das? Der ist nicht schlecht! Aus! Hey, was ist hier los? Der ist kurz, muss ich sagen! Also Jakob! Weiter geht's, Andi! Urteile doch nicht immer so früh über meine Bälle! Aus! Der ist auch kurz! Weißt du, der stoppt viel zu sehr ab! Mein Gott! Ich habe drei Punkte und den Rest weiß ich nicht! Schau dir das an! Alle anderen, nein! Schau dir das an! Weißt du, in der ersten Runde war er noch nervös! Nicht zu viel jetzt! Ich habe es jetzt genau gemacht! Druck! Keine Sorgen! Jetzt atmen! Schön atmen! Ah, der ist schlecht! Der ist schlecht! Der ist schlecht! Der ist extrem schlecht! Bin ich jetzt? Oder wer? Na, mach! Nein! Nein! Das ist Skandal! Absolut Skandal! Und der kommt dazu! Der ist nicht schlecht! Der ist gut! Der kommt noch! Aber auch nicht gut! 4-1-1-1! Jetzt habe ich eigentlich schon gewonnen! So, jetzt! Der liegt genau auf der Linie! Mit links! Das ist jetzt arrogant! Oh ja! Schön! Schön! Das ist zu viel, Jakob! Ja, das ist ein bisschen zu viel! Ja! Oh ja! Spannend! Oh! Nee, nee! Der reicht nicht! Das sehe ich! Der reicht nicht! Ja! Links zu gehen ist auch! Ja! Fredi, es geht um uns! Ja, aber das ist nicht mein Spiel! Immer! Da sind wir doch! Geil! Kommt! Der macht mal! Der ist nicht so schlecht, glaube ich! Der ist gut! Der ist gut! Nein, nein, nein! Viel zu viel! Der ist das! Der ist kurz! Zu locker! Wieso mache ich den jetzt? Jakob, ganz in Ruhe! Du hast schon gewonnen! Schau, das ist halt arrogant, aber egal! Oh, der ist gut, Jakob! Verdient! Nein, der ist drüber! Andi, komm! Ich brauche das! Komm! Na, was? Drüber ist weg! Wie? Drüber ist weg! Nee! Nee, nee! Drüber ist weg! Also, ich möchte dazu sagen, ich habe auf keinen Fall verloren! Ich habe zwei Punkte! Jakob hat fünf! Stimmt! Das hat ja keiner gesagt mit drüber! Dann mach gleich nur eine Fahne und eine Linie! Skandal hier! Danke! Danke! Hat Spaß gemacht! Danke! Viel Spaß! Danke! 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 Danke!